Loredana Wollny hat sich die Liebe zu ihrem Partner Servet mit einem Tattoo auf der Brust verewigen lassen. Loredana Wollny, 20, trägt jetzt ihren verlobten Servet auf der Brust. Die Tochter von Sylvia Wollny, 59, hat sich ein auffälliges Liebestattoo stechen lassen. Auf Loredanas linker Brust prangt eine filigrane Blume, geschwungen zu einem Unendlich-Zeichen, inklusive Servets-Vornamen und dem Datum 17.04. Loredana Wollny über riskantes Liebestattoo, über sowas brauche ich nicht nachzudenken. In einer Instagram-Fragerunde verriet Loredana, dass sie ihren Verlobten mit dem Liebestattoo überraschte. Er hat sich sehr gefreut, so das TV-Sternchen. Auf die Frage eines Fans, wie schmerzhaft das Tätowieren auf der Brust gewesen wäre, schrieb sie, Es war unangenehm, aber kein Schmerz. Ein Liebestattoo ist immer auch ein wenig riskant. Was würde mit dem Tattoo passieren, wenn ihr euch trennen solltet? Fragte ein Follower. Doch das sieht Loredana gelassen. Über sowas brauche ich nicht nachzudenken, erklärte sie. Man wissen nie, was in der Zukunft passiere. Wichtig sei das jetzt. Ich liebe Servet und er ist der Vater von meinem Sohn, somit wie immer ein Teil meines unseren Lebens, so die 20-Jährige. Loredana wünscht sich ein zweites Kind. Loredana lernte ihren Verlobten im Türkei-Urlaub kennen. Die beiden haben einen Sohn namens Aurelio. Ein zweites Kind wollen sie auf jeden Fall haben, wie Loredana in der Instagram-Fragerunde ebenfalls verriet. Ein zweites Kind wollen sie auf jeden Fall haben, wie Loredana in der Instagram-Fragerunde ist.